Oh nein, da muss ich ja mal an ein Hostel denken, wo sie mit dem Schweißbrenner das Auge rausbrennen. Uff. Ja, du hast recht. Diesmal würde ich das auch machen. Whatever, man. Excuse me. Was du willst? Shama wurde auf der falsche Seite heute Morgen. Das Land ist auf der falsche Seite. Schau mal an diese Gas-Prisse. Ja, die Gas sind sehr hoch. Ich sag mir etwas, was ich nicht weiß. Vielleicht kann ich nicht. Ich war in einer Station, über ein Meter nach dem Weg. Das ist viel cheaper Gas als das. Schau mal. Du bist wirklich? Ja, du bist gut. Natürlich. Sie sind viel cheaper. Hm. Alles klar. Danke, Junge. Ich schaue es dir. Weil du siehst ein bisschen verrückt. Ich bin gut. Du bist sicher? Ja. Lass mich allein. Okay, den kriege ich ja nicht weg, anscheinend. Guck mal, ob du mit ihm reden kannst. Nein. Woah, hey. Don't sneak up on me like that. Sorry. Look, I didn't mean to scare you. Well, you did. My apologies, okay? It won't happen again. Just leave me alone. Ja, die bin ich raus. Hey, does this place have a lot of business? Yeah, I guess so. Why? I'm thinking of buying this place actually. What? This place? I don't think it's for sale. Everything is for sale, man. Yeah, I suppose you're right. Ähm. Den könnte ich hier verschrecken, aber... Kannst du mal bitte aufhören? Ey! Ich hab' ne Angel gefunden. Ich hab' keine Ahnung was was. Mach. Damn, I'm really thirsty. Du hast das Telefon weggemacht. Ja, hab' ich. Kannst du mal mit dem Typen, dem Schwarzen Marien? Ja. Ich gön' mir kurz... ...das ganze Bier. Woanders, wo es billiger ist. Du weißt, ich denke, da ist eine Verkaufstelle in der Straße. Viel cheaper. Oh, wirklich? Da ist es? Ja, ja, ja. Es ist ungefähr eine 10 Minuten von hier. Du weißt, wo es billiger ist. Du weißt, wo es billiger ist. Ah, das ist großartig. Danke für den Tipp. Der muss raus. Ja. Kannst du mal aufhören, an der scheiß Angelroute rumzuspielen? Was ist denn dein Problem, Alter? Ah. Den kriegen wir hier nicht raus, ne? Nein. Okay. Dann müssen wir los. Du bist die... du hast die Waffe. Yikes. Telefon ist alles drin. Ja. Kann ich dir helfen? Ja. Ja. Probier. Verstanden. Hey, Ma'am. Ich will nicht diese Waffe benutzen. Also, bitte öffnen sie für mich. Du hast deine Zeit. Du hast keine Geld in da. Du hast keine Geld in da. Lass mich die Juden von dem. Öffnen sie, bitte. Hier, schau. Es gibt eine Schraube in der dritte, nicht wahr? Nein, es gibt nicht. Genau. Hör auf, Ma'am. Alle bleiben calm. Wir wollen niemanden. Leo. Es gibt eine Schraube in der dritte. We should check it out. Shut the fuck up and sit down. Okay, okay. We're good. We're done. Don't always push me. Ich hab den nur kurz mal stabilisiert. Hier ist irgendwer! Hier ist irgendwer! Vincent! Get over here, man! Linke Maustaste! Gib ihm! Ich hab sie! Gib ihm die fucking gun! Ist das die crazy? Für ne Tankstelle sterben? Scheiß Amerikaner, echt. Ohne Mist. Ich hab überhaupt keine Kontrolle mehr. Schraube! Schraube! Wir brauchen eine Kombination! Und? Wir brauchen eine Kombination! Ich hab sie nicht! Okay. Ich will dich nicht verhören, aber ich will. Gib mir die Kombination! Okay, relax! 137! 137! 137! Ist offen. Scheiße. Okay, let's go. Alter, waren die schnell hier. Die in GTA. Wenn Lench ausdrückte. Rückte, Entschuldigung. Warum geht die Alarmanlage los? Weil die bestimmt so einen Code haben, wo die Alarmanlage automatisch ausgelöst wird. Okay? Ja, ich weiß, was das ist. Entschuldigt. Okay, sehen Sie da. So? Wir haben die Schäden. Hast du diesen Menschen? Ich bin. Stopp, warte, Vincent. Es ist nicht gut für dein Herz. Mein Herz ist einfach gut. Ich will nur wissen, was wir mit uns beschäftigen. Relax, Mr. Paranoid. Ich信 sie, okay? Beside, sie will mir eine. Jetzt gehen wir uns an. Jetzt gehen wir die Schäden. Wenn du so. Du musst mehr relaxieren, okay? Ja, ja. Ja, ja. DÖ, 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 DÖ. Hörst du auch? Al. 33 Jahre beim Salzmeister und immer weiter Achse BTV, woran denken die Deutschen beim Sex? 26% an den Urlaub, 14% an ihren Beruf, 12% an Probleme mit dem Nachwuchs, 6% ans Koch, Murla. Hanson, wie schön dich kennenzulernen. Du bist ein verdammter Idiot. Was? Warum nicht deine ganze Familie mit dem nächsten Mal? Ich bin weg. Hey, was ist mit dir? Was ist mit mir? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Du denkst, dass ich hier ein Eis-Crem? Hör, ich habe dir gesagt, ich mache nichts mit anderen Menschen. Und dieser Mann, er sieht wie ein stranger zu mir. Hast du ein Problem mit mir? Ja, ich habe ein Problem mit dir. Hast du ein Problem mit mir? Ähm, Leo dazwischen? Ja, du, glaub ich. Wer der fuck ist dieser Mann? Woah, 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 relax. Put die Gun down. Jasmine, put die Gun down. Komm schon. Ich hab dir gesagt, er ist mit mir. Hey. Let's just do this fast and easy. Besides, you owe me one, remember? Okay. But it's the last time. And then we're even. Ey, wenn da eben keine M249 drin ist, ne? Oder ne? Oh, Bruder. Oh, M16. Ich seh die schon. Nimm die Karabine. Ich nehm die M16. So. Such dir einen aus. Karabiner oben, ne? Ich kann auch ne Flasche werfen, wenn du willst. Hey. Try to shoot this ball. Bist du weit? Ja. Man, you suck. Shut up, Leo. Pff. Das Minigame gewinnst du. Ich werfe nochmal. Oh. Oh. Got it. Nice shot. Oh, thank you. Fünf. Fünf Flasche. Impressive. Boah, ist doch Outdoor Aim drinne. Okay, ich muss reißen. Also vier von fünf habe ich. Das ist ein scheiß Aimboard. Lass uns für die Games draus machen. Alles klar. Lass mich kurz nachladen. Warte. Warte. Gut. Ready? Eins von eins. Wow. Impressive. Told ya. Good one, Liam. I'm the man. Nice shot. Nice thing, I'm the man. Wow. Impressive. Told ya. Okay, that's a good one. So. Wir gehen. You ready to go? Give me a minute. I want to make sure I have the right weapon. Yeah. 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 It came with that. Oh nein. Nein. Oh. Oh. Die Snitch, alter. Snitches get stitches, ey. Die ruft HWN. Hey, it's me. Just tell me where he is. Got it. Good job. Talk to you later. There. Harvey. Harvey. What's up? I found him. Good. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. Also, das ist ja eine Villa, alter. O.s. Case-Szenario. Hey, can you stop by that phone booth over there? Are you sure you can get us a plane? I sure hope so. Yeah, me too, man. I don't want to walk to Mexico. Lass mal einen Film gucken. Hey Bruder, alles gut? Jesus, man, du bist ein Mist. Was willst du, Mann? Lass mich allein. Du kannst dem Penner das Geld klauen hier, übrigens, wenn ich ihn ablenke. Ich geh rüber in die Hand. Nein, ich muss ihm das klauen. Komm, nimm doch einfach das Kleingeld weg. Du sollst ihm das Kleingeld wegnehmen. Ich... 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 Ich bin besser als etwas. Are you okay? The war, man. Fuck me up. Really fuck me up. War can do that. Sure can. You surfed? No, I haven't. Hey, what do you charge for a pack of smokes here? Same as everywhere else. It's 36 cents. Nothing. Look, I need some change. How about a dive for a dollar? Whatever, man. Do you wanna buy a pack? Nothing. No. No. Newspaper then? No. Nothing. 36 Cent. Damals, als Jugendlichen auch noch leisten konnten. Äh, sich auch noch leisten konnten, ja. Der guckt ja sehr auffällig oben. Hey, it's Vincent. Yeah, I'm fine. Thanks. Look, I need to fly somewhere. Uh, tomorrow. Can you make that work? Okay, great. What? When? Where is she? Oh, scheiße. Okay. Okay, okay. Thanks. Hey. Did you get us a plane? Yeah. Yeah, I did. But I need to go. What? What are you talking about? Are you okay? I'm fine. But I need to be somewhere else right now. Hey, you can't just walk away? I'm not walking away. But something happened and I need to be there. Alright? Vincent. We come too far to back down now. You need to talk to me. Tell me what's going on in your head. Talk to me. I can't talk about it. I'm gonna do it. I'm gonna do it. We'll do it. Hey, your brother. Oh, damn. I'm sorry. Hey, my brother. We have to go out of here. Oh, damn! Oh, my brother! Das ist der beste Mann, den sie finden konnten? Alter, das ist ja krass mit dem Flitzkrieg jetzt. Hör auf, wieso? Alter, du musst mal ein bisschen hinmachen. Ich war schon! Okay, wo ist denn? Du musst hier hoch. Bruder! Mach ruhig! Ey, wenn der da durchkommt, ne? Nein, der Schrank ist doch viel zu schwer. Da bewegt sich doch, okay. Ja. Warte, 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 warte. Jetzt! Du kannst mich hier hochholen. Oh mein Gott, der hat was gefunden dafür. Der Axt, oh oh. Okay, der ist hoch, der benutzt die Axt falsch. Geh rein! Oh, schlechte! Okay, let's go! Shit! Oh ja! Wie viel Munition hat der da drin, jetzt mal ehrlich. Boah, der muss die Wester voll mit Magazin haben, echt unmöglich. Ich bin da hinter. Ich weiß, dass nicht angenehm. Wir können den nächsten Mal von hier kontrollieren. Geh behindern. Ich bin dahinter. WD Oh genau, ziehen jetzt. Ziehen. Ich habe jetzt so gelacht, wenn jetzt ganz viele hinter uns gesessen hätten und geklatscht. Eine gute Show. Oh shit. 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 Vincent. Oh shit. 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 Alles klar. Alles klar, das ist dein Ende. Das werden wir jetzt den ganzen Abend spielen. Ich seh schon, ich seh schon, Alter. Untertitelung des ZDF, 2020 Ist es GG? Ja. Stimmt, es ist GG. Ich muss das machen und du machst dann den. Ja. Alter, shit. Holy fuck. Alter, das ist ja total irre. So, eine Runde noch. Ja, Luis, eine gehen. Best of two. Ein identischer Aufbau. Aber wirklich, gespiegelt halt. Just make your move, Einstein. Lass mich halt mal viel Gewinn spielen, Alter. Ey, ohne Mist. Ist das ein Mega-Chat schon oder? Nein. Ich meine, dein Charakter. Boah, die Minigames sind echt schon cool. Oh, lol, das hab ich nicht gesehen. Wisst ihr, ich hab auf den Chat geguckt. Ich spiel halt auch den bescheuerten, langnasigen Dude, ne? Lass mal weitermachen. Ich hab's nicht gesehen, ich hab halt überhaupt nicht drauf geachtet. Lass uns jetzt mal los hier.